so heute mal wieder aus dem hafen meine lieben heute jetzt mit dem kollegen der steht da hinten ja ist kein bisschen kamerascheu mal wieder auf gut versuchen das ideal wir haben ablaufend das war vielleicht mal mehr als jeden fangen ich habe 60 gramm drauf wird langt auch hier wer sitzt denn da wer sitzt denn da der waldemar der waldemar ja ganz hinten im ganz kleinen so wir werden mal rausholen mal nachkicken sich vielleicht schon mal wieder einer angehangen hat hier man weiß es nicht man weiß es nicht ich sehe mich schon kommen ihren fliegen das glatt hier mein lieber muss so passen die abschmiert hier da hängt nichts es hängt nichts kein geburtstagsbutt kein geburtstagsbutt die sind echt sind nicht also die warte immer sind echt mickrig echt da kommst du nicht den ganzen tag aus legt mich am arsch was für krücken was für krücken was hast du jetzt bezahlt dafür sechs euro sechs euro ich sehe ich hier kommen die jahren und siegler runter schließlich der betriebsgelände bis jetzt jetzt bis jetzt jetzt bis jetzt hat noch keiner was die sache ja wir machen jetzt schon man drofft der luder da blanke hakt das erste mal fragt mich was das war ok wir machen den abflug würde ich sagen denn nach halb elbe sind wir weg hier geht ja nischt hier geht ja ja nicht nicht mein lumpia bis hat mich sehr verwundert eigentlich aber wenn wir mal die stelle dann gleich wechseln hier es bringt nichts hier immer zu rum zu döden an ihnen und der gleichen stelle so wir haben mal den hafenbereiche wechselt ich hoffe mal neue stelle und neue glück war aber weil klar wenn ihr kicken wir mal hier mehr erfolg haben